Und mal wieder ein Hallo aus Vietnam. Wir sind bei unserem vorletzten Stopp angekommen in Muiné. Der Bus ging schon um 7.30 Uhr, aber es war eine ganz angenehme vierstündige Sleeper-Bus-Fahrt und vor allen Dingen wurden alle Passagiere vor ihrem Hotel abgeladen. Wir sind jetzt hier im Mignon Hotel in Muiné und erster Eindruck, da haben wir jetzt mal einen Volltreffer gelandet. Das zeige ich euch jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Also das Zimmer macht schon ziemlich guten Eindruck und jetzt kommt noch der Clou, ganz für uns eine wirklich riesige Terrasse. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Tied my hair up real big beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. I got that summertime, summertime sadness. S-s-summertime, summertime sadness. I got that summertime, summertime sadness. Wir sind bei den roten Sanddünen und bevor wir euch die Sanddünen an sich zeigen, wollte ich kurz die Gelegenheit nutzen, was sehr erschreckend ist, ist die Müllproblematik. Also das war auf den letzten Asienreisen auch schon so, insofern überraschend kommt es nicht, aber trotzdem ist es immer wieder erschlagen zu sehen, wie viel Müll, 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 insbesondere Plastikmüll hier überall wahllos rumliegt. Und was uns noch aufgefallen ist, bei der letzten Asienreise vor Covid haben wir fast überall bereits Metallstrohhalme oder aus Bambus bekommen und mittlerweile haben wir relativ häufig in Restaurants, im Hotel und so weiter doch wieder Plastikstrohhalme bekommen. Ich weiß nicht, ob es dann in der Pandemie liegt, auf jeden Fall ist es eher gefühlt ein Rückschritt. Aber jetzt genug zur Müllproblematik, wir wollen ja schöne Bilder zeigen, jetzt zeigen euch die Sanddünen. Die Sanddünen Kenner von Mouiné werden jetzt sicherlich sagen, weiße Dünen hat es doch auch noch. Ja, da haben wir uns bewusst gegen entschieden, weil wir überall gelesen haben und auch jetzt wieder aktuell frisch erzählt gekriegt haben, dass halt die Polizei auf dem Weg dorthin die Rollerfahrer kontrolliert und gnadenlos abzieht und man denn da eine Stunde sitzt und da hatten wir einfach keinerlei Lust drauf, zumal wir schon wirklich viele weiße Dünen auch gesehen haben. Ich weiß, bei euch zu Hause schneit es gerade, insofern das brauchen wir auch nicht, aber hier sind heute morgen um 9 Uhr schon über 30 Grad und dann noch so durch die Dünen laufen. Das ist mal eine Herausforderung, weil es satt anstrengend und schweißtreibend. Wir kennen unschwerden. St Die Brüte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020